Textbuch, Ein Kurs in Wundern, Kreuthofer Lag, Kapitel 18, Das Vergehen des Traums, Nummer 8, Der kleine Garten, Seite 390 bis 393. Nur das Gewahrsein des Körpers ist es, das die Liebe begrenzt erscheinen lässt. Denn der Körper ist eine Begrenzung der Liebe. Der Glaube an begrenzte Liebe war sein Ursprung und er wurde gemacht, das Unbegrenzte zu begrenzen. Denk nicht, dass das bloß allegorisch ist, denn er wurde gemacht, um dich zu begrenzen. Kannst du, der du dich selbst in einem Körper siehst, dich als eine Idee erkennen? Alles, was du siehst, identifizierst du mit Äußerlichkeiten, mit etwas außerhalb seiner selbst. Du kannst nicht einmal an Gott ohne einen Körper denken oder irgendeine Form, die du zu begreifen glaubst. Der Körper kann nicht erkennen. Und solange du dein Gewahrsein auf seine winzigen Sinne begrenzt, siehst du die Größe nicht, die dich umgibt. Gott kann nicht in einen Körper kommen, noch kannst du dich dort mit ihm verbinden. Begrenzungen der Liebe werden ihn immer auszuschließen scheinen und dich von ihm fernhalten. Der Körper ist ein winzig kleiner Zaun um einen kleinen Teil einer herrlichen und vollständigen Idee. Er zieht einen unendlich kleinen Kreis um ein ganz kleines Segment des Himmels, das vom Ganzen abgesplittert ist und verkündet, dass in ihm dein Reich liegt, in welches Gott nicht eintreten kann. In diesem Reich herrscht das Ego, und zwar grausam. Um dieses kleine Staubkorn zu verteidigen, gebietet es dir, gegen das Universum anzukämpfen. Dieses Fragment deines Geistes ist ein so winziger Teil davon, dass du, könntest du nur das ganze Würdigen, augenblicklich sehen würdest. Dass es wie der kleinste Sonnenstrahl im Vergleich zur Sonne ist oder wie das schwächste Kräuseln auf der Meeresoberfläche. In seiner erstaunlichen Arroganz hat dieser winzige Sonnenstrahl beschlossen, er sei die Sonne, und dieses kaum wahrnehmbare Kräuseln rühmt sich selbst als Meer. Bedenke, wie einsam und verängstigt dieser kleine Gedanke ist. Diese unendlich kleine Illusion, die sich selbst getrennt hält, wieder das Universum. Die Sonne wird zum Feind des Sonnenstrahls, der ihn verschlingen möchte. Das Meer versetzt das kleine Kräuseln in Entsetzen und möchte es verschlucken. Doch weder Sonne noch das Meer sind überhaupt all dieser sonderbaren und bedeutungslosen Aktivität gewahr. Sie machen einfach weiter, dessen ungewahr, dass sie von einem winzigen Segment ihrer selbst gefürchtet und gehasst werden. Selbst dieses Segment geht ihnen nicht verloren, denn es könnte losgelöst von ihnen gar nicht überleben. Was es zu sein glaubt, ändert in keiner Weise etwas daran, dass es für sein Dasein vollständig auf sie angewiesen ist. Seine ganze Existenz bleibt weiterhin in ihnen. Ohne die Sonne wäre der Sonnenstrahl vergangen, das Meereskräuseln ohne Meer unvorstellbar. Das ist die sonderbare Lage, in der diejenigen in einer von Körper bewohnten Welt zu sein scheinen. Jeder Körper scheint einen separaten Geist, einen unverbundenen Gedanken zu beherbergen, der alleine lebt und in keiner Weise mit dem Gedanken, der in Schuh verbunden ist. Jedes winzige Fragment erscheint eigenständig. Es scheint ein anderes zwar für einiges zu brauchen, doch keinesfalls in allem total von seinem einen Schöpfer abhängig zu sein. Es braucht das Ganze, um irgendeine Bedeutung zu bekommen, denn aus sich selbst bedeutet es tatsächlich nichts. Noch hat es abgesondert und von sich aus überhaupt ein Leben. Wie Meer und Sonne dauert dein Selbst fort, dessen Uneingedenk, dass dieser winzig kleine Teil sich als du selbst betrachtet. Er fehlt nicht, er könnte gar nicht existieren, wäre er getrennt, noch wäre das Ganze ohne ihn ganz. Er ist kein separates Reich, beherrscht von einer Idee, sich vom Übrigen zu trennen. Auch umgibt ihn kein Zaun, der ihn daran hindert, sich mit dem Rest zu verbinden und der ihn von seinem Schöpfer fernhält. Dieser kleine Aspekt ist vom Ganzen nicht verschieden, da er mit ihm ein Kontinuum bildet und mit ihm eins ist. Er führt kein separates Leben, weil sein Leben das Einssein ist, in dem sein Sein erschaffen wurde. Akzeptiere diesen kleinen, abgezäunten Aspekt nicht als dich selbst. Die Sonne und das Meer sind nichts neben dem, was du bist. Der Sonnenstrahl funkelt einzig im Sonnenlicht und das Meereskräuseln tanzt, während es auf dem Meer ruht. Doch weder in der Sonne noch im Meer ist die Macht, die in dir ruht. Möchtest du in deinem winzigen Reich bleiben, als armseliger König und verbitterter Herrscher über alles, was er erblickt, der auf nichts schaut und dennoch dafür sterben würde, um es zu verteidigen? Dieses kleine Selbst ist nicht dein Reich. Hoch darüber wirkt sich es mit Liebe umgebend das herrliche Ganze, das jedem Teil sein ganzes Glück und seine tiefe Zufriedenheit schenkt. Der kleine Aspekt, von dem du denkst, du habest ihn ausgesondert, ist keine Ausnahme davon. Die Liebe kennt keine Körper und reicht zu allem hin, das ihr gleich erschaffen wurde. Das totale Fehlen von Begrenzung in ihr ist ihre Bedeutung. Sie ist völlig unparteiisch in ihrem Geben und umfasst nur, um zu erhalten und vollständig zu bewahren, was sie geben möchte. In deinem winzig kleinen Reich hast du so wenig. Sollte es also nicht dort sein, wo du der Liebe zurufst, einzutreten? Schau dir die Wüste an, trocken und unfruchtbar, versenkt und freudlos, die dein kleines Reich ausmacht und erfasse das Leben und die Freude, die die Liebe ihm von dort her bringen möchte, wo sie herkommt und wohin sie mit dir zurückkehren möchte. Der Gedanke Gottes umgibt dein kleines Reich und wartet an der von dir gebauten Schranke, um hereinzukommen, um auf den unfruchtbaren Boden zu leuchten. Sieh, wie das Leben überall aufkeimt. Die Wüste wird zu einem Garten, grün, tief und still und bietet denen Rast an, die den Weg verloren haben und im Staube irren. Gib ihnen einen Ort der Zuflucht durch die Liebe dort für sie bereitet, wo einst Wüste war. Und jeder, den du willkommen heißt, wird vom Himmel Liebe für dich bringen. Einer nach dem anderen betreten sie diesen heiligen Ort, aber sie werden nicht alleine scheiden, wie sie gekommen waren. Die Liebe, die sie mitgebracht, wird bei ihnen bleiben, wie sie auch bei dir bleiben wird. Und unter ihrer Mildtätigkeit wird sich dein kleiner Garten ausbreiten und bis zu jedem Reichen, der nach lebendigem Wasser dürstet, aber zu müde geworden ist, um allein weiterzugehen. Geh hinaus und finde sie, denn sie bringen dein Selbst mit und führe sie sanft zu deinem stillen Garten und empfange dort ihren Segen. So wird er wachsen und sich über die Wüste ausbreiten und keine einsamen, kleinen, vor der Liebe verschlossenen Reiche übrig lassen. und dich darinnen lassen. Und du wirst dich selbst wiedererkennen und sehen, wie dein kleiner Garten sanft in das Himmelreich verwandelt wird, wobei die ganze Liebe seines Schöpfers auf ihn leuchtet. Der heilige Augenblick ist deine Einladung an die Liebe, in dein ödes und freudloses Reich einzukehren und es in einen Garten des Friedens und Willkommens zu verwandeln. Die Antwort der Liebe ist unvermeidlich. Sie wird kommen, weil du ohne den Körper gekommen bist und keine Schranken dazwischen stelltest, um ihr frohes Kommen zu behindern. Im heiligen Augenblick bittest du die Liebe nur um das, was sie jedem schenkt, weder weniger noch mehr. Da du um alles bittest, wirst du es empfangen. Und dein leuchtendes Selbst wird den winzigen Aspekt, den du vor dem Himmel zu verbergen suchtest, geradewegs in den Himmel heben. Kein Teil der Liebe ruft das Ganze vergebens an. Kein Gottessohn bleibt außerhalb seiner Vaterschaft. Seitdessen sicher, die Liebe ist in deine besondere Beziehung eingekehrt und voll und ganz in sie eingekehrt auf deine schwache Bitte hin. Du begreifst nicht, dass die Liebe gekommen ist, weil du nicht alle Schranken losgelassen hast, die du noch gegen deinen Bruder aufrechterhältst. Und du und er, ihr werdet die Liebe nicht getrennt willkommen heißen können. Du könntest ebenso wenig Gott allein erkennen, wie er dich ohne deinen Bruder erkennt. Zusammen aber könntet ihr ebenso wenig der Liebe nicht gewahr sein, wie die Liebe euch nicht erkennen oder es versäumen könnte, sich selbst in euch wiederzuerkennen. Du bist am Ende einer uralten Reise angelangt und merkst noch nicht, dass sie vorüber ist. Noch bist du müde und erschöpft, der Wüstenstaub scheint noch deine Augen zu umwölken und dich blind zu machen. Doch er, den du willkommen hießest, ist zu dir gekommen und möchte dich willkommen heißen. Er hat lange darauf gewartet, dir dies zu geben. Empfange es nun von ihm, denn er möchte, dass du ihn erkennst. Nur eine kleine Staubwand steht noch zwischen dir und deinem Bruder. Hauche sie leicht an mit einem frohen Lachen und sie fällt weg und gehe in den Garten ein, den die Liebe für euch beide vorbereitet hat. und sie leicht an mit einem Schäupten und sie schäupten. Das ist nicht so, , wenn du das ist, wie sie aufhören. Vielen Dank.